Christos Ntritzos und sein Team begrüßen Sie im Hotel und Restaurant zum Hirsch in Bad Säckingen. Erleben Sie aus insgesamt 13 großzügigen Einzel- und Doppelzimmern heraus die Faszination des Hochrheins mit direkter Nähe zur Schweiz. Optional stehen Zimmer mit Balkon zur Verfügung. Bad mit Dusche und WC sind für jedes Zimmer ebenso selbstverständlich wie die Terrasse. Lassen Sie sich kulinarisch mit deutsch-mediterraner Küche in unserem Restaurant verwöhnen. Kostenfreie Parkplätze befinden sich direkt am Haus. Kostenfreie Parkplätze.